okay guck mal so ein bisschen weiter um halb ist noch hier feines gucken mal da da haben wir auch noch was du blickst so schön lass mich dich einnehmen wir haben so viel miteinander durchgemacht da haben wir nichts mehr noch weiter nach nichts mehr runter da haben wir das ding gefunden so alter wie groß ist das denn verarschend setzen das sind das unruhige lagersystem was ich je erlebt habe sprengkapseln und sind nicht auch nicht da verdammt komm ich denn wieder bitte Entschuldigung ich muss auch hier durch eher weniger wie ich es jetzt wohl vermuten könnte also habe ich so entschieden dass das nicht gut ist aus ganz sinn prophylaktischen und so wichtige wörter setze Buchstaben Argumente was ist das für eine Folge das ist das kann ich nicht ernst nehmen so wir haben zwei da hinten was aber ich komme nicht dran war 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 übrigens so dass eine wirkliche Wurz schreibt man den unten die Kommentare wer sich so anhört nicht nach oben nach unten nach unten ich kann sie wieder neben gucke dann krieg ich es wir gehen jetzt mal ganz schnell hier rein hier ist natürlich die Sprengkapsel mit ganz klare Sache ernsthaft ok da geht es nicht weiter wäre jetzt auch einfach zu einfach gewesen weil einfach 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 ist was war das? hört auf damit das ist ein Skrid-style könnte ich mich da hoch an ach du scheiße das ist ein Skrid-style muss ich auch noch aufnehmen boah hab ich keinen Bock drauf können mir vielleicht diese Dinger hier weiterhelfen scheiß ich kann also nur von könnte es nicht einmal von hier aus so da hinterher greifen und dann mal drauf auf drücken nein das kann ich natürlich nicht ich kann natürlich auch einfach drüber sprinten ich habe das Gefühl wenn ich zu lange warte kommt das scheiß nicht viel wieder hm ich bin so weh tot schwupp boah boah scheiße ach mein Nacken ey klettern irgendwas oder so ich weiß ich bin eine Frau aber dennoch irgendwas was ach nein nach unten ist runtergefahren jetzt ha ha ach ach du scheiße buntstifte jetzt mal die Zunge oder Komponenten da ist nix das das haben wir auch mit Absicht gemacht die haben überall einen Teil hingelegt damit du auf jeden Fall grenzdebil die ganzen verschissenen Knöpfe drückst und im Endeffekt immer nur eine Scheiße in diesem Mega Regal Lager Regal System zu finden und jetzt bestobiert mal Lager Regal rückwärts dann wisst ihr was nämlich rauskommt und ihr wisst sofort dass die Illuminaten ihre Finger im Spiel haben hier ist anscheinend nicht zu finden auch meine Komponenten so einen gleichen Scheiß in dieser Richtung ich drück ich gucke auf den nach unten Knopf und drücke den nach oben Knopf ja auch wenn ich Auto fahre guck mal auf die linke Seite und fahr auf der rechten Schwer ist es ok jetzt kann ich gar nicht hoch fahren beziehungsweise runter das heißt ich kann den ja auch nicht fahren auf zu knacksen ich schwör's dir ich knack's auch gleich mit meinen Fingern Entschuldigung dürfte ich kurz den den der ist mir den nach unten Knopf kann ich drücken aber den nach oben Knopf ist es unmöglich jetzt kann ich nicht mal mehr den nach unten Knopf drücken oder was jetzt bin ich auch noch mit B äh nein warte das ist ja jetzt zu gemein Entschuldigung ich hab doch nicht zu sehen behinderte jedenfalls nichts effektives jedenfalls nichts effektives da 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 das Jobs von du scheißteil unten unten Hier findet es mich nicht. George, halt ihn auf. Scheiße. Alter, die Fresse, du Verklager-System. Lamm-System. Alter, die Fresse. Ich bin immer kurz nach oben. Hallo. Na? Wie geht es uns denn? Lass mich kurz zu meinen langen Teil in deinen Schlitz reinstecken. Ach ja, genau, jetzt wo ich es lese. Ich kann mir ja gar nicht erkennen. Das ist ein Stadtplan oder was? Scheiße, kann ich da noch nicht rein? Nein. Ganz klar brauche ich jetzt erstmal ein Medi-Kit. Damit das Alien gleich besser verprügeln kann, wenn es kommt. Das Alien ist stinkig. Stinkig! Okay. Ich muss irgendwo hin, um dann da hinzukommen, weil ich keine Ahnung habe, was das ist. Aber okay. Wechseln Sie die Komponente am Fahrstuhl aus. Okay. Hör auf, Zug zu gehen. Das ist einfach so. Mann. Wunderschönen. Warum wird das immer so? Mann. Mensch. Mann. 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 Ist es ein Schönen wir auf hier? Ja, da ist noch. Und ich denke zu mir, was ein Wunderbarer. Das Schaar ist blühen. Fuhren mir in dir. Und er fuhren mir in dir. Und ich denke zu mir, was ein Wunderbarer. Das Schaar ist blühen. Das Schaar ist blühen. Ich sehe es blühen. Ich sehe es blühen. Ich sehe es blühen. Und ich denke zu mir, was ein Wunderbarer. Wunderbarer? Ich sehe es blühen. Das ist blühen. Das ist blühen. 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 m die Liga in der Sitzung Tieten Flüssigkeitswerk auch gerade Flüssigkeit losgelassen wir haben Füßen und dabei sind mit zu holen es ist klar ich weiß nicht was er davor singt sky is a blue for me and you okay fuck the what the ballert auf mich the scheiß the hell ballert auf mich der was zum ich hab auch nicht von zwar das menschen ist das maschine das menschliche maschinen das zeit das ist das Tja, hab ich euch wohl. Tja, ein Pizzas. Ich muss dann bleiben. Nein, das ist das eine, das war ich mit. Mention. 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 Kein Schweizer Punkt, ernsthaft. Komm her, komm her, was willst du? Ausreichend über. Scheiße. Ich will auch keine Töten. Ah! Wir beten das Ganze erstmal. Und ich überleg mir, wie wir das Ganze deichsen können. Äh, ich bete auch mehr stolz zu sehen. Wie immer, schrollt mir immer alles in die Kommentare. Ähm, ich hab'n neuen Computer, hab' ja schon mal gesagt, aber ich hab' das jetzt noch mal. Und mit diesem neuen Computer hab' ich ganz viele tolle neue Sachen vor. Mit anderen YouTubern. Alleine und alleine mit anderen. Und mit euch. Und zwar ganz viel mit euch. Vor allem mit dir. Ja. Ja, ganz genau. Du. 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 Du.